Ja, machen wir mal wieder einen kleinen Ehenbehn auf Wetterbericht hier oder so, sag ich mal. Mal was Lockere zwischenstreuen, wo wir ja immer noch am Leben sind. Wieder erwarten quasi. Aber das kann sich ja alles noch länger hinziehen, hatte ich ja gesagt. Das wird keine freiwillige Aufgabe. Und nur mal zeigen, was denn das nächste Wasser ist. Was denn wieder eben entsprechend, ach du dicke Ei, den Mond. Den Mond kann man ja auch schon, der ist voll heute. Das könnte eine tolle Nacht werden. Aber ich hab jetzt keinen Bock mehr auf Fotografieren. Das heißt, nicht mehr mit den Kameras, die alle WiFi und Wireless und Bluetooth und weiß ich, was die alles haben. Das ist mir alles viel zu modern. Da hab ich keinen Bock drauf. Weil da bin ich ja leicht das Opfer quasi. Von jedem noch so drittklassigen Geheimagenten, der mit dem Messer in der Tasche rumläuft. Da wollen wir ja nun nicht irgendwie Kanonenfutter sein für. Ja, aber das wär ja überhaupt nicht gut. Und im Sinne des Erfinders quasi. Wenn, dann soll das eine faire Auseinandersetzung werden. Ich hatte ja hier Hagelkörner oder Tornados bestellt. Ist ja wie immer eigentlich meistens nicht gehört worden, was ich so gerne hätte. Da sind wir wieder bei der freien Meinungsäußerung oder bei der eingeschränkten Wahl. Die ganze Vielfalt, die man hat als Schüler schon, als späterer junger Mensch oder auch als Erwachsener. Da fragt mich ja eben wieder keiner. Aber, wie gesagt, man gewöhnt sich nicht dran, aber man lernt damit umzugehen. So, das ist meine Strategie. Dass ich sage, naja, muss man halt irgendwie mit umgehen. Muss man ja auch. Das bringt ja ja nichts alles. Okay, in diesem Sinne sind schon wieder 1,40. Ich mache erst mal Feierabend. Wollte nur auf jeden Fall mal durchsagen, dass also zwar nicht mehr viel kommen wird. Oder jedenfalls nicht in der gewohnten Menge und Qualität. Das wird drastisch eingesteckt. Ich denke, ich bin jetzt ein bisschen, hab getaucht, sagen wir mal. Nennen wir es mal so. Okay, dann erst mal auf Wiederhören und pepepe.